Ich bewege mich nicht. Mhm. Merci. Warum bleibt das Auto da vorne stehen und er kommt nicht rein? Geht er jetzt durch die Wand und guckt, ob er drinnen ist, oder was? Ist noch ein anderes Haus da? Nein. Ja, so ein Winz. Aber da kann ich fünf Minuten das... Ah, warte. Er fährt wieder. Oh. Fährt er jetzt zu meinem Haus? Näher ran die fünf Meter? Ja. Geil. Er fährt fünf Meter, ne? Okay, war er alleine. Nice. Nein! Ach Gott. Er hat auch keine M4-Munit. Doch da einer. Ein Mech auch nur. Warte, ich nehme das aus seiner TRG raus. Ey, das ist der Wahnsinn, ne? Läuft. Fick ist drin. Digga, Spontane nehme ich mir auch für den Style-Faktor. Ach, das kann ich gar nicht. Hau rein. Hm. Läuft's gut? Ja. Ich habe noch 80 FPS. Nein. Während ich streame das gut. Guck, wegen der Scheißhütte, wo ich jetzt reinlaufe, hat er fünf Minuten gelootet. Da möchte ich erst auch mal wissen, was er da gelootet hat. Vor allem, der hat einen Automan und war oben bei der Factory. Der kann mir doch nicht erzählen, dass er da mit einer TRG mit einem Magazin zurückkommt. Das ist doch strange, oder? Ja, oh. Oh. Aber die Grafik habe ich so eben jetzt eingestellt mal. Finde ich, das ist ganz nice. Ist okay, ist ein bisschen fixig, aber gut. Ja, beim Stream, aber ich meine In-Game. Ja, bei Twitch kann ich nicht so krass einstellen. Ah, bei Twitch sag ich. Bei Steam kann ich nicht so krass einstellen, weil das frisst Performance wie die Hölle. Und sonst... Insofern ist das auch ausreichend. Ja, nochmal. Ich habe auch nur 2500 Carpet Upload, aber das reicht ja fürs, dass man schön gucken kann und alles sieht. Ist jetzt nicht so, wie wenn man einen Schwamm zuguckt. Ja. Da hinten wäre ich noch gerne hingelaufen, aber das geht halt nicht. Ich glaube, jetzt... Hm. Aber Muni habe ich immer noch nicht viel, Mann. Ach, easy. Nur Headshots. Nee, bei dem bin ich gerade auf Nummer sicher gegangen. Bei dem im Haus. Hä? Ach, nein. Nee, nee. Ah, dieses Lack von ihm, ne. Wirst du gleich sehen. Hm. Und weg ist er. Wichser. Hormones. Mein Glück piekt er jetzt in die Richtung. Was ich heute schon wieder habe beim Royal. Ich nehme mal die Hand von der Maus. Hm. Da hört mich 100 Pro, bleibt er da oben liegen. Ja. Lol. Ne. Das glaubst du nicht. Ich hab's gerade gesehen. Ich würde so gerne jetzt versuchen, rauszukommen und seinen Rucksack aufzumachen. Ich guck mal, was funktionieren wird. Ach, third person. Jesus. Jetzt laufe er dahin, wo ich war, ne. Hat auch an. Tatsächlich. Nice. Nice. Marius. Marius war das, oder was? Weiß nicht, ob es real Marius war. Streamt er, also guck. Ich sehe noch einen. Ich sehe noch einen, aber auf den kann ich nicht schießen. Nein, ich hätte Marius fast verarschen können von hinten, wie geil wäre das gerade gewesen. Oh Mann ey. Oh, wenn wir an den Rucksack lang gekommen wären, das wäre eh Fisch gewesen du. Das wäre einfach nur eh Fisch gewesen, Digga. Gucken wir, ob man es noch sieht im Stream. Oh, mit scheiß Werbung. Er hat ein 6.5er Mac mit. Nee, Fahrer nicht. Fahrer nicht? Lebt er noch? Nee. Jaja. Außer er hat mega Delay drin. Kann sein. Ist im Team unterwegs. Fuck. Leul, er hat mich noch nicht gesehen, der da hinten. Baum, Stein oben. Wie kann mich der nicht gesehen haben? Äh. Geht in die andere Richtung, ne? Ja gut, dass er aufsteht. Jetzt hat er mich gesehen. Jetzt hat er mich gesehen. Nee. Oder? Ich bin außerhalb. Na ja, könnte sein. Nee, er hat mich nicht gesehen. Aber ich bin außerhalb, ich kann nicht auf ihn schießen. Ja. Muss du erst reinkommen. Astronaut. Ja. Yoloplay incoming. Der nächste. Wenn der jetzt auch funktioniert, ne? Wenn der jetzt auch funktioniert, ne? Das glaubst du nicht. Mhm. Das glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Nee. Ich gib ihn hier nicht. Das ist auf dem Feldplatz. Jetzt schießt's los. Ich schieße. Ich schieße. Ich schieße. Das ist schon längst Ja, das geht nicht Ja nochmal Digga, meine Lebensenergieanzeige musste gucken Nice Guck, meine Lebensenergieanzeige Ja Sehr gut Nice Was ist das für eine Runde? Deine Sieben Schuss, ernsthaft Und wieviel in der anderen? Zwölf, ok wir wechseln die Waffe Ja, guck doch mal was er hat Gegen zwei noch Ist eigentlich relativ safe zum Looten Ja Er hat ne MK17 Ach was Der wird sich ärgern Und ein Carrier Mit Charlie sogar Ja 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 Og Ja Ja Hör auf! Ich kann die Waffe nicht nehmen. 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 Ich sehe es gerade eben erst. Jetzt. Habe ich sie jetzt? Oder zeig sie mir nur eine? Aber ich habe sie nicht in der Hand oder? Doch. 5-6 kannst du rausschmeißen. Boni. Ach wir haben genug Macs jetzt. Passt schon. Ne, ich habe die M4er noch mit. Ich würde die MK17 und die Kativa nehmen. Ja, ich nehme nur die Kativa und die M4. Ich gehe auf mehrere Schüsse. WTF? W-WAS? Was war denn das gerade? Hey, war das nicht vor mir? Danke. Aber ich wiederhole. Was war das? Ja. Man weiß es nicht. Es ist... Im Haus war das auf jeden Fall. Schon, ne? Auf jeden Fall im Haus. Ich sehe ihn. Ich sehe beide. Toll. Nein, ich glaube ich habe den Nate nicht gelootet. Wie premium werden das jetzt? Mhm. Sein Problem ist... Ich glaube nicht, dass das Haus in der Zone bleibt in der nächsten. Hm? Hat er den da drüben jetzt erschossen? Ich denke schon. Nein. Untergekitscht. Nein. Hm. Ja, er sieht mich sowieso. Er hat durchs Fenster geschossen, aber der hat sicher Dings genutzt. 100 Pro ist das so einer. Wenn ich schon sehe, wo der... Weißt du? Ja. Ja. Aber ich kann es nicht umrunden, ohne dass er mich sieht. Ne. Dann warte ich, würde ich sagen, einfach jetzt zwei Minuten. Bis das Haus auch nicht mehr drin ist. Dann pushe ich. All in. Schon der letzte, ist das? Das ist, glaube ich, der letzte. Siehst du gut? Lass mal gucken. Ja, ist der letzte. So. Your map has been updated. Muss raus. Full Yolo. Er ist noch immer im Haus. Er geht raus. Er hat es nicht gesehen. Der letzte. Er hat drei Schüsse. Der soll. Er hat drei Schüsse. Scheiße, was er ne? Fuck me. Honten! Honten! He in der Pool! Links von dir! So wenig ich sie auch sehen! What around dude! What around! Nice! Einfach nicht nervös werden in so einem Duell! Das ist eher alles mit der Karti, du würdest dich so stark selbst wenn du getroffen wirst! Aber was ein Camper ne! Ja, er bleibt wirklich die ganze Zeit bis zum Schluss, er war noch außerhalb der Zone sogar. Der CZ, der hat nicht viel gehabt, der hat nur... Ah, er hat dann eine Nade, okay. Ja, keine Ahnung. Er hätte ruhig mal früher pushen können, dann hätte er vielleicht mehr Chance gehabt.